Jalow freuen und herzlich willkommen zu einem 9 8 du Scheiße verdammte Kacke was ist das denn Let's play Scheiße so mein Gora wir haben jetzt 9.700 war das Punkt erreicht und bin sie egal die aber immerhin jetzt ist es fast Teil 5 die Euro Freunde und wir schaffen natürlich noch ein Nestle noch eine Video hier krank oh komm und wir sind mal Järpisch so wir sind mal Gana hier aus so einem Grundkontrollen wir können sie auch mal von vorne zeigen hier sitzen wir drinnen mit unserem Boomhelm und ich hoffe wir machen mal ein bisschen was geiles also ich hoffe einfach mal wir sind cool so los ich bin ein bisschen die ganze Zeit ab wochen schießt er denn bitte schön nicht Alter ich hab ich nur Punkt ich hab die ganze Zeit drauf gehalten was ist dein Problem alter du kannst nicht zocken hey so 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 als Co kommentar die guten Tag ja und auf jeden Fall wir reden über das Thema Zeitungen mehr und dazu kann ich noch eins sagen nämlich eskalation denn wir sind nämlich es war richtig schön verarscht worden von irgendwelchen Wichsern wir sind nicht verarscht worden einfach nur gedisst worden wir wurden richtig hart gedisst das übrige auch ein Thema unserer heutigen Folge gedisst also dessen und so ist ein Thema von uns heute so so ich werde diesen Typen erstmal kurz 98 Lebenspunkte ziehen und dann nochmal die Fresse holen jetzt nochmal ich hab mich nicht in die Fresse gehauen ja auf jeden Fall ein Hohmann ab in die Lüfte und und wenn die Punkte da sind die Punkte da also noch das ist noch ist es so ein Ding hier das ist einer wo ist der Wurz der Sie nicht jetzt haben kann bisschen Geld ausgeschlossen ja ein bisschen gerubelt wo war Verstärkungsbursen so eine geile ist und das ist eigentlich so geile Intro bringen wie noch mal das das war einer links er habe ich gesehen aber da war ich zu spät jetzt ja so es geht auch gleich der Topolant Blut so eine Zeitung austragen richtig krank und ja wir haben letzte Woche 5 äh und 5 haben wir uns so ausgemacht krank so Zeitung austragen Donnerstag wir sagten so richtig geil übelst wenig Zeitungen so war mal krank dann abliegen denn er ist auf dem Fall war man die Gäste ja auf dem Fall war man die Gäste so er wird abgeschossen auf dem Fall waren wir beim Liedel chillen so ein Kram und wieder und was war da zwei riesige Stapel Zeitungen ihr könnt ja gleich meine Reaktion die Wahl ich war auf 135.000 Grad und ey Junge echt wir waren sowas von bei der Eskalation ey und zwar sowas von schlecht und wir hatten eigentlich keine Lust mehr also das war es ist auch so und so wir haben immer keinen Bock zählen mehr wir hatten Bock drauf gut aber wir haben dann einfach ähm gesagt diese ganzen Juden und so die können uns alle mal gerne haben ich werde ihn ähnlich treffen aber hipp 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 ach scheiße okay hipp hipp und auf jeden Fall haben wir dann so gesagt ja wir werden ihn nicht wenn um muss man ja Aua wo war der denn wird auf dem Dach ne wenn sie sich aber von dort hinten nur ein feines Tanzkirche gekriegt ne so auf jeden Fall wir haben übelst angepasst warum Spur nicht bitteschön hier mega leck was mit der Familie zu holen ne ne ja ob er war das war das war das das war das das so wir es ist eskalation vor mit mir er hat er hat sich ich bin jetzt losgegangen Alex auch weil im Endeffekt muss man sowas von aber was halt ihr davon wenn Leute einfach immer wieder provozieren ich finde das einfach nicht toll also mal ganz ohne Spaß der Typ hat uns einfach mal nur provoziert es ist doch einfach nur provo fuck Panzer scheiße muss weg hier aber es ist doch einfach nur provozieren wenn man immer wieder den gleichen Mössich reingekriegt also es ist immer das gleiche immer du merkst schon dass du Gott unter dem Scheiß ja das schon aber es ist immer das gleiche ne also Jungs ihr müsst euch dagegen wehren wir gründen einfach in die Gesellschaft sie haben schon noch einmal da war er noch einmal 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 ach nö es ist nicht witzig okay aber ich auf jeden Fall ja irgendwie ist heute das Team ganz witzig so und wir sind wieder bei Battlefield weil es uns einfach Spaß macht also mal ohne Spaß wir zocken wir uns auch mit Leistung weil wir uns ja weil wir zocken einfach nur wie die Geisteskranken immer und da sind wir einfach nur geil und ich sag's mal so warte mal kurz 7 falls nicht weg du fährst jetzt hier nicht weg sag mal ein ganz kleiner oder ne also Avis ist nicht ein ab und mit der Krankheit und die so ich bin so weit ist ja aus noch einmal über die Begründung was die die Marktwoche die die Ruhige zu tun und so bis sie die Wohrmann Morgens du altes waschweib so hohe jetzt ist es raus ich will nichts mehr Auerhaar von meinen ist all die Jahre hab ich geschwiegen so jetzt ist es raus du altes waschweib so bitteschön so jetzt geht es erst mal richtig ab hier so was man für die Idee das ist ja der Scheiß die die Söder die Söder kommt einander zu beurteilen in der Anisabeth doch einfach mal ein bisschen Kassim und sich also er ist es gibt die Fichtigkeit finde ich er sagt ja mittlerweile ist es sehr weil wir hatten die nicht wieder auf den Krankenkantisch er schätzt sich um es wissen was er sich ist dass er es gab an der Testtisch von uns also von den Krankenbett die Zucht haben wir extra gebaut so ist es aber nicht gibt seiner von mir ja so das ist auch hier bei der Lebensmittel kommt ich kann helfen ich kann die Hälfte voll die erstmals die Europäische das ist der Punkt die Erschwürdigkeit der Zielgruppe mit 30 Prozent einfach nur Alter warum die Gelegenheit stellt man sich einfach um die man muss so zu kommen Wachum um 5.000 Stunden sind was ist es und das ist die Leicht ich denke eigentlich die Welt ist der Grundmacht ich bin zehn nach fünf Tage war es das so qualitativ hochwertig letzte Stelle aber ich habe es nicht gesehen es sollte stehen bleiben es ist ein Schultz okay das ist etwas mehr als ich ich bin okay was hat er auch noch vor Ort wieder ein Wort Prozent die fünf und vierzig da hinten fährst nicht mehr den Teil uns bitte nicht der dritte Zeit das ist scheiß Team Play das ist gar kein Team Play sondern die Bremse selbst worden ein Abwasser und dritter rein Junge Ort wie ich es gerade an Kreuz ist wieder in der Lauf und dann wieder bis dort in der Lauf und wieder rechten Alter nachdem es sich einfach nicht ein und diese Welt ist nicht immer geschehen muss man da recht zwar noch ich sehe es schon noch nicht mehr das Dingsteig auch nicht sagen hier ist ja noch nicht mehr als 730 ich bin sie sieht aus wie vorstehenden ich glaube ich darf nur so lange ja und übrigens ja wir machen übrigens keine hitlermäßigen kommentaren mehr warum ja bei er einfach beschuldigt worden denn wenn wir einfach beschuldigt wird das mit nazis das sind ja ja es wird so also übrigens das worten wir haben ja keine Ahnung Spackow und sie sind weil es nicht einfach aber hab ich gesehen kann ich auch abkneiden ich kann ja abkneiden so auf jeden Fall und mehr als Arztbeschäfte sind natürlich nicht und ja ich bin ja auch die Begriffe ich glaube ich hab gerade gesagt die Gatsch ich bin nicht da ist noch mal aber immer werden wir ja eben jetzt nicht mehr die sind die Begriffe auch wenn denn da ist einer was ist das bitte BNB BNB Europa Stein das ist kranken Teil der Ernst krankes Teil der Kurs ist das da oben BNB und das ist woher hat sich die Katze fragt man wie geht man es einfach gut ist die Karte fragt man die Chancen sich in der Stadt in der Stadt und wenn er noch 20 Punkt ein 2.3 Punkt der das ist ja los der Vorwärtsbericht ist der Kero ist ein Trauer man geht es es ist bei einer der Eintracht die Stolz bis zu mir ist es warum ich will die Witschamilie die Füße ist praktisch wo sich auch aus und da war das ist Schreien weißt er schon die Jahre alt aber es ist das wo er wird und weiterhoben die Begründung ja es ist ja alles vollkommen in Ordnung nur sei nicht mehr so wie mehr geht es ihr kennt das ja von uns wer so liebt in einem Jahr 72 das sind zwar nicht 100 Prozent aber jetzt schon 11 und 80 Prozent die Wurzbappen Kostak und auch was da abtakt Mensch das war ein Teil der Leiter die Schnauze der Beobachter die Sinne so schlecht und er verliert oder wenn ich mal ein Team auf einmal da wusste ich ging jetzt man muss noch ein paar Wurzeln oder ich wurde wohl ja das ist nicht gewechselt das war jetzt die Städte ich konnte steigt Halt die Schnauze ich kann so viel sagen, wie ich will. Guck mal, schieb mal auf das Wasser, das sieht aus Blödscho, 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 komm her, komm, AAUH! Steig aus, steig aus. Warum denn? Er kann das nicht. Ich hab mich auch gerade bemerkt. Da war wieder das Problem. Das war kranko-cheater, ne? Silvester, nein, der heißt neuer. Okay, good. Es ist 36. Und schon ist das 6. Ja, ihr fickt mich gerade anab. Warum fliegt wieder so ein, nicht nur sie gab, Pelley-Hubschrauber! Und ich mach jetzt krankes F6. F6. Bei- XXL mehr Entscheidungen, Lager, F cancelled, wir begrüßen Sie rechtzeitig, es sind wohl so einfach Lucas Florentine zu Modellen 員 lieben, dass chocolate Sorten wird, die Blödsor, in der Gäste, die Güte, die Un voix aleg ëbecken, die in der Welt 1, eine angebende Flugreise wünschen wir Ihnen auch eine Flacke vorhanden hohen Schäden an die Entschuldigung BD Gott sei es muss abgültig werden einfach ein weiterer als die Füße abgült so packen der er ob sie hier ist aber ich will sich die liedamt er will sich gehen als breiter sind da so eins dass ich jetzt sind die grüße und macht sich